hallo leute ich hoffe euch geht es gut und ja heute befinde ich euch in Gelsenkirchen ihr habt ja also danke für das Shop Video das ihr Daumen nach oben gegeben habt und jetzt bin ich in einer anderen Stadt sondern Gelsenkirchen das ich euch gesagt habe ja und jetzt sehen wir jetzt mal den Shop ja hier ist der Shop also Sprache wird dann bearbeitet von mir was ich sage hier ist noch ein Bus ja und gehört ein dann hat ein 80er also es ist ein Mercedes-Benz Citaro jetzt kommt glaube ich eigentlich in Ersatzverkehr da vorne steht hier Ersatzverkehr Bisburg Hauptbahnhof ist auch ein Befehl des Mercedes-Benz Citaro oder in einem anderen Bus das bin ich mir nicht so sicher ach der hält von da vorne an da halten können ist ja gut wenn er dann erstmal hier unsere Sprache hört hier in dem Video rein ich habe das in der zmianie aber auch ich habe das geschрезer ich me k ich Untertitelung des ZDF, 2020